So, ich hole mir mal ganz schnell einen anderen Controller. Ach, ich dachte, du hättest den schon gemohlt. Ja. Dann geh ich mal in die Garage. Bauen wir uns mal wieder ein neues Set. Was war denn eigentlich mein letztes Auto, was ich gebaut habe? Dann kann ich gucken. Also das hier ist das letzte. Okay, also ein neues bauen. Gut, dann... 22. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 10, 11, 12, 12, 13, 14, 15, 15, 15, 16, 17. Einmal ich baue einfach einen von vorne. Dabei weiß ich das hier noch nicht ab. Oh. Hacktack. Ich glaube, er ist wach. Nee, ich glaube, er ist weg. Ja, kann sein. Sehr traurig. Schade, dass er weg ist. Sehr, sehr schade, dass er weg ist. Ich werde nie erfahren, was er für eine Person hat. So, oder doch lieber im Tiger? Nee, ich bleibe im Gepard. So, ich muss kurz mein Spiel neu starten. Ja, starten wir dein Spiel neu. Weil sonst nimmt er ja den Controller nicht. Da ist das Ding ja ein wenig eigen. Oh, das ist cool. Wo, wo, wo? Haben wir irgendwas tierisches? Die ist doch gut. Ne, wäre nicht schlecht. Ich nenne mich die. Ich krieg das Kotzen gerade. Was denn? Der nimmt jetzt meinen Xbox-Controller als zweiten Spieler. Oh ne, da hast du das Problem wieder. Das hatte ich doch auch schon. Ja. Schlecht. Fahr in der Zeit einfach noch ein paar Autos. Bis du da bist. Irgendwann wirst du ja wieder kommen. Ich bin mir grad nicht so sicher. Naja doch. Ich, ich, ich. Ich baue, ich, ich vertraue dir. Ich baue auf dich. Auf diese Steine können sie bauen. Äh, schwäbisch, schwäbisch Wolf. Ne, aber wenn, wenn, wenn morgen, äh, nicht in Takes Two sein wird, äh, dann, dann werde ich, glaube ich, morgen Murmeln. Kannst du gerne tun. Dann hier Noctis. Dann morgen. Morgen zum Murmeln antreten. Morgen zum Murmeln antreten. Ach wie, es gibt das Portal Gel. Ja. Ach wie lustig ist das denn. Welches fand ich am lustigsten? Ich fand das blaue am lustigsten. Ich will das blaue. Ach, das habe ich gar nicht gesehen, dass ich so viele jetzt mittlerweile habe. Warum nehme ich denn immer dann die normalen, langweiligen? Feuerwerk. Flammenwerfer. Geldscheine, okay. Seh schon, ich glaube, ich muss hier noch mal ein paar Sachen umarbeiten. Ne, da will ich nicht hin, zurück. So, Games. Lustig. Mal gucken, Mittwochs bin ich, glaube ich, immer ausgebucht. Ei, ei, ei. Du machst mich schwach. Er will meinen Controller nicht als Ersten nehmen, ich muss noch neu starten. Was soll ich denn dazu jetzt sagen? Hey, ich schick das kotzen. Ich weiß ja auch nicht, was ich dir da jetzt helfen soll. Ich starte den PC kurz neu, bis gleich. Ja, ich renne nicht weg. Wir wollen in der Zeit einfach noch ein neues Auto. Mach das. Noch nix davon. Ja, umarm mal alle. Und vor allem den Wolf. Umarm mal den Wolf. Umarm mal den Wolf. Oder Pat mal den Wolf. Auf den Arm. Er hat jetzt gerade echt kein Glück. Ja, armer Wolf hier. Ok. Entschuldigung. Ähm. Naเข. Dann auf diese Wein. Jetzt teammatesprechen. Umarm mal neue. Entschuldigung. Ich bin zurückgekehrt. Oh nein, er ist zurückgekehrt. Leute, jetzt haben wir Angst. Zurecht. Hab ich mir gedacht. Und, funktioniert jetzt? Er nimmt ihn auf jeden Fall als ersten Controller. Ich probiere jetzt mal das Spiel zu starten. So, mal das Spiel zu starten. Wir fahren derzeit immer noch weiter Autos. Das ist hier mal lustige Sorte. Weltraumwurm. Das ist auch cool. Ich glaube, Weltraumwurm finde ich cooler. Wie lange machst du eigentlich schon Twitch? Kennst du Mass Effect? Oh, ich kenne Mass Effect. Also, Mass Effect ist etwas, ich habe alle drei Teile und ich will sie auch machen. Aber ich werde sie erst nächstes Jahr spielen. Weil dieses Spiel ist ja so, dass man die Story mit jeder seiner Entscheidungen beeinflusst. Und man beeinflusst, wenn man in Mass Effect 1 etwas macht, tut man auch das Spiel 2 beeinflussen. Und wenn man Sachen in 2 beeinflusst, macht man das auch in 3. Also, wenn du irgendeinen sterben lässt, weil du kannst ja manchmal entscheiden, wen du rettest. Und das wird übernommen in den Teil 2 und 3. Und das finde ich echt cool. Und das möchte ich gern spielen. Steht auf meiner To-Do-Liste. Und Twitch mache ich Zeit. Letztes Jahr Oktober. Also noch nicht so lang. Okay, es funktioniert und erwarte nicht, dass ich gut bin. Mein Gott. Wenn man jetzt eine Zeit lang mit dem Wii U Gamepad gespielt hat, merkt man erst, wie klobig so ein Xbox-Pad ist. Oder Oktober habe ich angefangen, oder? Ja, könnte sein. Dürfte, dürfte es sein. Kennst du Mass Effect, Mr. Wolf? Ja. Ich habe gesagt, das will ich auch irgendwann mal spielen. Weil die, 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 ähm, die Entscheidungen aus den Spielen beeinflussen. Ja, ja, das habe ich gehört. Ah, das hast du mitbekommen. Ich wusste nicht, dass du das auch weißt. Hallo! Chris Co... äh, Chris Com... Kombi. Chris Combi. Hallo Chris Combi. Grüß dich. Ich habe dich übrigens eingeladen, ne? Ja, warte, 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 warte. Es tut mir leid. Ich, äh, muss mein letztes Auto noch hier. Ich, ich muss nur noch, äh, äh... Denk schon da hin. Ah, komm, ich hänge den Totenkopf dran. So. Ok, äh, du hast mich eingeladen. Äh, ich, äh, ich nehme natürlich an, dass ich es annehme. So. Wo ist es denn? Hier. Ne, da oben. Nein. Nein. So. Einladung. Akzeptieren. So. Ich habe ein komisches Auto. Entscheide ich wieder, was wir spielen? Ja. Ja, dann, äh, bleiben wir noch ein bisschen bei Schneefrei, hab ich gehört. Äh, ne, warte mal. Ich kann nicht hin. Ey, du, der Spielplan. Du bist Spielleiter. Entscheide du. Komm, mach. Ich hab dir die Spielleitung gegeben. Ah, immer das gleiche mit dir. Schneefrei. Wir Schneefreien noch ein bisschen. Wie geht's? Mir geht's gut. Wie geht's hier? Schön, dass du hierher gefunden hast. Spielst du selbst auch Rocket League? Und wenn ja, bist du gut. Weil, falls du gut bist, wirst du gleich den Kopf über den Kopf, die, die, die Hände über den Kopf, den Kopf, den Kopf über den Händen zusammenschlagen. Auch gut. Danke der Nachfrage. Ja, eben. Ist ja auch wichtig. Ist ja auch wichtig. So. Bin hinten. Aua. Ja. Oh, keiner fährt. Ja, dreiwettertaft. Oh. Oh. Oh nein, ich hab ihn gehalten anstatt reingemacht. Sehr gut. Das war doof. Aber warte, da kommt die Flanke. Da kommt die Flanke. Oh nein, die ist zu weit. Ja, der hat ihn nochmal hochgeschnickt. Oh. Ich hab jetzt so lange mit diesem View-Pad gespielt, ich mag das Xbox-Pad nicht mehr. Ja, selbst dran schuld. Hättest du halt mit einem gescheiten Pad die ganze Zeit gespielt. Aber nein, du musst das mit dem Video-Tick spielen. Ja, das ist halt gut. Deswegen mag ich ja das Xbox-Pad nicht mehr. Weil, das Ding hier ist viel klobiger und schwerer. Ich muss leider sagen. So, machen rein. Nein! What the fuck? Das war jetzt schon das zweite Mal. Das ist richtig. Ich arbeite daran. Auf wessen Seite stehst du eigentlich? Auf meiner. Jetzt. Geht doch. Ich verabschiede mich für heute. Euch noch einen wunderschönen Restabend. Man sieht sich. Bis bald, ja. Bis bald, Noctis. Bis bald. Mach's gut. Und gute Nacht. Und Chris Kompi, ich warte immer noch auf meine Antwort. Spielst du auch Rocket League? Und wenn ja, wie gut? Und wenn nein, wie schlecht? Auf einer Skala von besser als wir oder besser als wir, wie viel besser als wir. Ja, Wolf, du hast eine Flanke gemacht, aber ich bin nicht da. Ja. So. Ich bin drunter durch. So. Da kommt wieder einer. Ja, den kriege ich nicht. Ich hab's versucht. Ich kam nicht mehr runter genug. War nicht runter genug. Sehr schade. Oh, 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 oh. Nein, das gibt's doch nicht! Ist jetzt schon der dritte, der so passiert. Trotz, was tust du? Ich weiß es nicht. So lange kein Rocket League mehr gespielt, glaube ich. Nicht gut. Oh, fuck. Den hab ich jetzt reingemacht. Ich wollte gerade sagen, was machst du denn? Na gut. Reich mich gleich mit ein. Aber ich weiß, dass ich bei mir... Ich halte ihn hier noch auf und er schießt ihn an mir vorbei. Nein! Man nannte ihn Verräterus! Komm ich nicht hin. Au, Wolf! Sorry. Schieb das jetzt einfach auf den Controller. Mach mal. Ich will ja jetzt nicht sagen, dass du davor immer gut warst mit dem Controller. Ne, mit dem hier nicht. Achso. Das ist ne andere. Ja, vorher hab ich ja immer mit dem Wii U Controller gespielt. Hast du? Hab ich. Aber ne, du hast doch nie... Du hast doch den mit den Öhrchen erst seit kurzem. Das ist der Switch Controller, der neue. Achso. Der Wii U, den hab ich ja die ganze Zeit benutzt. Der war gut. Der war leicht. Der war angenehm. Weil ich spiel nur mit nem Xbox Controller. Hab ich früher auch. Dann hab ich meinen Wii U Controller modifiziert. Das sind modifiziert. Dann war gut. Jetzt ist das Programm kaputt. Jetzt nicht mehr gut. Und ohne Programm läuft's leider nicht. Und ich weiß nicht, ob ich's nochmal zum Laufen krieg. Oh oh. Au. Bin explodiert. Tolles Tor. Welches Tor? Das ist vom Wolf? Ja. Das war ein tolles Tor. Das war dein. Wenn jemand anders das hätte so machen wollen, hätte er es nicht geschafft. Oh. Muss man halt auch können, ne? Das ist richtig. Da gehört schon Talent dazu. Oh 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 oh. Nein. Wir sind leider immer noch im Hintertreffen. Ja. Aber wir könnten schon drei Punkte mehr haben. Das ist richtig. Und die einen Punkt weniger. Das ist richtig. Da muss ich dir leider absolut recht geben. Aua. Entschuldige. Auch wenn es so wirkt, ich mach das nicht mit Absicht. Ah es ist egal, es ist vorbei. Ja. Ich wollte die Tore nicht machen. Ich wollte es einfach nicht machen. Alles meine Schuld. Ich nehme die Schuld diesmal auf mich. Auch wenn du den Verräter rausgemacht hast. So. Einen Schnee frei machen wir noch. Und dann gehen wir in ein anderes. Alles klar. Dann gehen wir in den Dropshot. Juhu. Mit dem wir so gut sind. Mit dem wir so gut sind. Die sind normalerweise gut. Die sind sehr gut. Aha. Ich wollte gerade sagen Wolf. Wir sind schon gut, aber nicht für uns. Ja ich wollte gerade sagen Wolf, das war doch schon wieder eine Vorlage von dir. Ja eventuell. Ganz eventuell könnte man sagen, ich hätte damit etwas zu tun gehabt. Böse Zungen würden das behaupten. Ja. Böse Zungen würden das behaupten. Oh mein Gott. Ja. Ja. Das können wir eigentlich schon vergessen. Alle wie die abgehen. Ja der andere hat schon das Spiel verlassen von uns. Ja. Ja. Die sind halt auch echt gut gerade. Warum sind die in unserem Level zum Kuckuck? Weil ich Platin bin und gerade aber nicht wie Platin spielen kann. Ah. Also liegt wieder an dir. Warum haben die hier bei mir alles gerade mit Kontrollern vollliegt. Läuft. Bauerns grad. Läuft. Ich hole gleich Noctis hier. Ne nicht Noctis. Äh. Netsu. Den bräuchten wir jetzt. So Hutz. Bin da. Wo bleibt die Flanke? Da ist er. Nein. Da ist er. Da ist dann hier noch einer. Hallo. Welche Leute haben die noch? Mehr als wir. Das ist traurigerweise wahr. Das gibt's doch nicht. Unhaltbar. Ja wir spielen ja nur noch 2 gegen 3. Also. Ja. 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 Ich bin nicht da. Schade. Bin aber gerade auch nicht in der Höchstform. Das ist kein Problem. Und mit nichts in der Höchstform mach ich so gar nicht. Ja ist okay. Dann verlieren wir halt 10-0. Passiert. Ja könnte. Könnte vorkommen. Wir können auch einfach aufgeben. Können wir auch. Ja dann komm gehen wir auf. Äh wir abstimmen. Aufgeben. Ja. Ich bin Silber 3. Ja. 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 Ja.